Ja hallo ihr Lieben, die St. Martin oder die St. Martins Züge fallen ja wahrscheinlich dieses Jahr auch aus und wir haben mal ein oder zwei Lampen hier hin dekoriert und ich habe gedacht ich spiele mal ein paar Martins Lieder dieses Jahr. Die kann man dann mitsinken oder einfach nur anhören oder daheim für den Martins Umzug benutzen. Einmal das Wohnzimmer, das Kinderzimmer oder den Balkon dann in die Küche. Vielleicht gibt es ja auch Kekse und Kinderpunsch. Einige von den Liedern die kannte ich gar nicht. Da sind auch rheinische Spezialitäten dabei. Apropos Rheinland, der 11.11. hat natürlich in Köln auch noch eine gewisse andere Bedeutung und ja dann klickt gleich mal weiter nach dem Video. Entweder gleich da oder auf die Banner, die da angezeigt werden, da gibt es noch eine kleine Zugabe. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Köln auch noch eine kleine Zugabe. Amen. 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 Amen.